Oskar Blumenthal Verlegergeständnisse Ich bin Verleger und mache ihn Geist. Mein Hauptwort heißt verdienen. In meinem Verlag ist das Elend der Welt auf Schreibpapier erschienen. Das ist die Perle meines Verlags. Im Umsehen wurde es Mode. Professor Dunkel schrieb mir das Buch nach induktiver Methode. In jedem Winkel des Deutschen Reichs wird täglich es versendet. Die Kritiker haben dem Elend der Welt den freudigsten Beifall gespendet. Tragödien und Eben liegen wie Blei. Gedichte gehen spärlich. Doch Dunkels köstliches Leidensbuch wird aufgelegt alljährlich. Denn kein System ist an Freuden so reich wie der aufgewärmte Buddhismus. Drum lebe die Schopenhauerei. Es lebe der Pessimismus. Es lebe die Krankheit. Es lebe der Tod. Denn wären uns die nicht geblieben, so hätte mir Dunkel sein ganzes Buch am Ende gar nicht geschrieben. Und kehrt auch manchmal ein Krebs zurück als unwillkommene Reptilie. Dem Elend der Welt verdanke ich den Wohlstand meiner Familie. So hat ein deutscher Verleger einst mir offenherzig beteuert. Er wird als Träger der Wissenschaft von seinen Kollegen gefeiert. Oskar Blumenthal Verlegergestenktnisse Gelesen von Helga Heinold Verlegergestenkt Gelesen von Helga Heinold